Heute zeige ich euch ein Video mit einem Spinner, mit dem habe ich schon so einen genommen. Dafür braucht ihr so einen Küperkopf, den kriegt ihr von so einem Set. Okay, dann fangen wir schon mal an. Wir brauchen sowas. Okay, nicht sowas. Warte. Was sind denn erstmal die kleinen Stücke, damit ihr es auch weißt? Dann brauchen wir so. Diesen Teil, den habe ich doppelt. Den braucht man zweimal. Okay. Nicht nur einmal. Dann muss man das hier hinlegen. Wartet. Dann muss man zwei davon nehmen. In diesem komischen Buch. Hier hin. Dann muss man sowas hinlegen. Und nochmal. Sowas. Und nochmal dieses Ding. Aber da rein muss ich noch sowas hinlegen. Warte. Ja. Dann braucht ihr diesen Küpel. Wartet. Dann braucht ihr diesen Küpelkopf. Musst den nach ganz oben legen. Okay. Und noch das hier. Das müsst ihr hier hinlegen. Und die. Ups. Das war der andere hier gesagt. Dann braucht ihr noch das hier. Hinten sind vier. Okay. Vier. Nicht drei oder zwei. Und also hinten. Dann müssen wir sowas bauen. Die Dingsis hier hin. Und die. Ich hab gerade sowas hin gemacht. Nicht zwei. Sondern nur eine. Dann muss man diese mit diesen drei Haken. Sieh. Drei. Dann. Das muss da hin. Dann brauchen wir sowas. Und dann braucht ihr dann so ein Set. Nicht drei. Vier. Und dann müsst ihr es noch. Ups. Falsch. Dann seid ihr fertig. So wird ein Ultra. Kübelkopfspieler gebaut. Das ist wie ein Spinner. Aber nach 10.000 Likes zeig ich, zeig ich, zeig ich, zeig ich. Minecraft-Fans, dann, dann müssen Minecraft-Fans sehr lang warten.